Jeder hat seine eigene Geschichte. Ist er damit glücklich? Wahrscheinlich mehr als ich. Man geht an dem Obdachlosen vorbei, beachtet den oder auch nicht, wirft ihm ein paar Cent in den Hut oder auch nicht. Was ist seine Geschichte? Zu gerne würde ich ihm diese Frage stellen, doch ich mache es nicht. Aus Scham? Ich hetze weiter. Es gibt noch so viel zu erledigen. Und schnell hat man vergessen. Abschatten. Weitermachen. Dieser rumme Platz und Menschen. Suchen und was finden. Ablenkung vor sich selbst. Noch mehr Alkohol. Mit einem alkoholkranken Vater schafft man sich ein anderes Verhältnis dazu. Aufmerksamkeitsspanne. Konzentration. Untertitelung. Untertitelung.